so liebe freunde heute mal zum thema ktm duke 96 r problem stockte die ganze zeit motor ging aus dann konnte ich wieder starten und 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 am ende war die folge dass der motor gar nicht mehr startete ich dachte zuerst wasser wäre in den tank eingelaufen aber am endeffekt war das so dass der kraftschorffilter wie ihr den fotos seht total verdreckt war kraftschorffilter gewechselt bei ktm shop 24 bestellt innerhalb von paar tagen gekommen so und der motor läuft wieder wiener 1 also kraftschorffilter prüfen bevor man denkt es ist was gravierendes viel größeres lieber an der leichten stelle erstmal suchen also viel spaß noch